so guten morgen willkommen zurück zur open arena ja neue version wie man hier sieht und ich habe immer noch diesen schwarzen balken hier und rechts und links ich weiß nicht warum ja wir noch zwei gegner hey das wird bestimmt ganz toll viel einfacher jetzt auf nightmare oh gott ich freue mich so ich hab's ewig nicht so gespielt und ja ich spiele jetzt auch in 2040 und ich spiel schon wieder so voll pro mäßig und fällt mir eigentlich wohl glaube ich den pfoff noch einigen ändern meine mutter wollte dich ändern so ich habe nur wieder scheiß waffen gibt doch keine guten waffen im spiel also gute waffen im sinn von sie sind nicht so scheiße ich bin erst da muss jetzt nur noch 14 kills lang erst da bleiben und dann ist alles gut ich wollte gerade sagen ich bin voll gut mann ist voll nicht in ordnung das bewegt nicht so nett ist voll unnett wo ist denn jetzt hin oder warum wir das darstellen soll finde ich nicht in ordnung dass die ki so gut ist auf nightmare finde ich echt nicht in ordnung finde ich gar nicht lustig sollte ich mal herunterdrehen auf nightmare raketenwerfer ich drehe mich mal besser nicht um umdrehen ist böse war in den panzer und mit habe ich aufgenommen ja habe ich schon gedacht ich bin einfach mal vorbeigelaufen so wir haben 123 ich bin natürlich aster wie sie es gehört auf 1 1 ja wie das ist nicht der rank ach komm angeblich soll die voll stark sein was erzählt ein dämon mir davon unsinn gott ich werde die nie besiegen ich wollte heute eigentlich level 1 abschließen aber ich habe das gefühl das wird nichts das ist nicht so eine gettling schrottflinten raketen zielesuch system gun tomen raketenwerfer alles was granetten mehr genau das habe ich mir gewünscht oder ich brauche Panzerung glaube ich habe hier theoretische chance ich überlebe soviel zum thema ich überlebe ich habe schon einen kill gemacht seid beeindruckt von meinem skill oh gott das wird noch richtig lustig ich freue mich schon wenn ich level 2 erreicht habe 2000 folgen später ja ich habe ja ich bin voll gut kann man kann es sein dass die über den feld rutschen und nicht laufen regt mir grad so ein bisschen so eben was klugen kommen ja noch ein kill das ist wirklich einfach irgendwie oder ich hole auf man ich hole auf wo ich brauche heilung ganz schnell aber das war keine heilung das waren scheiß oh der raketenwerfer nehme ich wieder mit der gefällt mir ähm wir haben freundschaft geschlossen ich und der raketenwerfer so jetzt muss ich nur ganz schnell wieder gegner finden ja spiele ich hier wirklich auf nightmare so gut kommt mir die kalibre hat sich gar nicht mehr vor oh sie hat schon 11 kills soviel zum thema kommt mir nicht so schwer vor oh die klebt blut ist voll brutal und so war quäkerreder äh ich hab sie getroffen ich bin voll gut äh hab ich mich gerade eben selbst gefrackt ich bin voll gefrackt alter voll verreckt also ich hab fast schon gewonnen wie man sieht also 6 kills ich bin fast schon erster also ich bin nur in top 3 das ist doch schon mal was gutes ich hab schon mal in top 3 geschafft das ist dafür dass ich so lange nicht mehr gespielt hab ganz gut ich möchte mal sagen ja die kippen wie immer schiengewehr einfach mal stehen ach leck mich sag es selber hey exzellent was replay so ich mach so ein wechsel erstmal oh ich hab die führung verloren geht doch gar nicht und hier der führer holen wir die führer zurück da kenne ich nichts so wo war ich denn voll hier so gut gestanden na klar ich dachte die kommen da jetzt raus oder ich könnte natürlich hier campen ja das ist eine sehr gute idee schon mal funktioniert schon mal sehr gut so ähm ich hab ganz viel spannendes zu erzählen auch in diesem display aber ist erwischt die s die s die s bin zweiter hey 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 mit einem Punkt schlag mich tot ich hör hier schon irgendwie geräusche aber ach ja übrigens musik funktioniert irgendwie nicht also es sind zwar musik dateien da aber im unbekannt grund funktionieren die nicht ich weiß nicht warum keine ahnung theoretisch sollten die wohl funktionieren praktisch tun sie das nicht so wirklich ne oh ich hab noch 4 health 4 in zahlen 4 in worte auch halt nein in worten 4 in zahlen ach meck nicht ich mach mir ein wenig health mit ein half ein half life äh nein moment das find ich irgendwie falsch wo sind die jetzt die jetzt hin ich will ja nicht hoch die Treppe haha ey nicht hier zurückschießen yeah wie sie gekillt hab ich echt voll gut ey pass voll drauf haha der chatet verliert mhm ja leckt mich die schutzende die ist zwar scheiße aber naja ey das war meiner den würd ich haben ein Stück aah ich spawns und dann bist schon der tot ja gut ich den kann ja nicht erschießen kann bevor man spawnt ha nicht getroffen ist voll schlecht ey kann sie nicht ich hab eben voll den skill graviernut sehen mit bozla guck mal ne andere waffe aaa boah von vorne kommen ist unfair sei fair und kommt von hinten moment nein 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 Lass das lass das sei unfair und kommt von vorne kommen ạ Würde mich nicht wundern. Nein, ich habe rechts keinen Alternativschuss. Hätte ja sein können. Ob ich sie nicht treffe, ey. Können die irgendwie Doppelsprung oder was ist hier los? Verdammt, komm her. Ja, ich bin schon wieder nötig. Ja, toll. Ich bin dritter, ist doch schon mal was, ne? Ja, ich bin schon wieder unter den Top 3. Ich bin voll gut heute. Ich bin voll gut. Allein zu zweit auf mich. Ja, leckt mich. Verdammt, ich habe es nicht so extrem verlautert. Kugeln und Raketen und Blutgedärmfetzen und boah. Ich hasse das. Deswegen gibt es Spawn Protection. Deswegen sollte man sie auch einstellen. Ich hasse das, wenn sie... Aber... Moment, was Spawn Protection wäre doch dann gegen mich. Vergiss, was ich gesagt habe. Was sind sie denn jetzt? Mist. Ich hoffe, ich habe dich getötet. Ach, scheiße. Es läuft schon so gut. Ich merke es direkt, wo es läuft. Und auch auf jeden Fall verwechseln. Boah. Jetzt kommt es schon wieder zu zweit. Ich will es nur ein, oder geht die dann immer zuerst auf mich, wenn sie zu zweit sind. Yes. Ach, erwischt. Ich bin so gut. Ich habe so viel Holt drauf. So, überhaupt nicht. So, voll überhaupt nicht. Ähm. Ich habe diesen zwei auf Inseln geschafft. Vielleicht das hier lächerliche Kleinigkeit auch noch schaffen. Ähm. Acht Kills? Ich nähere mich. Spawn Protection. Ich sage es jetzt. So etwas sollte man einführen. Schön, dass ich auch mal in die Raketen laufe. Wo sind wir denn jetzt hin? Hey, ich will dich töten. Komm her. Bisch tot. Ach, verdammt. Ach, leck mich. I let you win. Das habe ich auch gemacht. Das mache ich auch immer. Ich lasse die KI immer gewinnen, weil ich so nicht der Karl bin. Nicht, dass die KI dann noch Selbstmord begebe oder so. Verdammt nochmal. Komm her. So, wir gibt es hier noch nicht die Rail dann oder so. Was? Jetzt schon drei Kills? Die Cheater doch. Vote, ban. Vote, ban. Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass mir das denn schon passiert heute. Vier, fünf Mal, oder? Ich habe nicht mitgezählt. Und ich übertreibe einfach mal wieder. Zehn Mal. Ach, leck mich doch. Ich will nicht diese Scheiß-Stotflinte. Die ist voll kackig hier. Oh Mann, richtige Wache. Gibt es hier im ersten Level noch nicht weg. Ah! Boah! Zwei Richtungen gleichzeitig. Das ist voll unfair. Frauen hier sind ja noch schlimmer als in der Realität. Ich habe sie getötet. Ein Kill. Ey. Ich bin der Erste. Uha! Ich verstehe gar nicht. Warum wird der Erste überhaupt noch ganz unten angezeigt? Verstehe ich nicht. So bin ich schon wieder Tor. Mein Input funktioniert nicht richtig. Sind hier alle? Oh. Ach, leck mich doch. Oh. Ja, komm. Spawnt man schon wieder Tor. Oh, ein Kill. Jetzt habe ich jetzt voll drauf geraten. Zeigst ihn jetzt so richtig. So richtig überhaupt nicht. Ja. Da müssen wir mal ein ganzes Skill auspacken. Geh mal schnell suchen. Moment. Ja. Jetzt können wir einpacken. Ich gehe sterben. Ich bleibe in dem Gang, der ist. Der Gang ist mir sympathisch. Hey, ich bin zweiter? Cool. Muss ich noch... Ah. Ach, komm. Von hinten schon wieder. Ich hasse es. Können wir nicht einfach alle von vorne kommen. Schön langsam. Schön gediegen. Ja, voll nett gemäht. Voll nett gemäht. Ja, ich habe ja... Ich habe ein Mettbrötchen aus... Aus... Irgendwas. Ich habe ein Mettbrötchen aus ihr gemacht. Lecker. Schulmädchen-Mett. Jam, jam, jam. Mett. Mett-Mett. Mett ist wieder was anderes. Das kann man schlecht aus Menschen machen. Gut, ich habe es auch noch nie versucht, Mett aus Menschen zu machen. Und jetzt. Super, irgendwo. Ich wollte vielleicht nicht mal eine ganze Munition verballern. Ach, Munition ist überbewertet. Komm, stirbst du irgendwann mal? Ja. Aha, jetzt fällt eben auf, dass ich keine Munition mehr habe. Toll. Das wird erst auffällt, wenn man nochmal schießt, wenn man schon keine Munition mehr hat. Was ist denn so ein Kotzen? Hat er eben anderen an? Mööö. Komm, Schluss. Mööö. Naja, fast erst. Kann sich auch um Stunden handeln, bis ich hier endlich mal, ähm, ja... Was macht denn der Granatwaffe so? Er wirft Granaten so, allgemein. Okay, wir stellen fest, er ist total scheiße. Hey, ich habe sie einmal getroffen, mit dem Granatwaffe. Bringt das überhaupt was, wenn ich so hin und her laufe? Bin mir dabei der K.I. nicht so sicher. Das ist ein K.I. wahrscheinlich nur sehr parifär. Jööö, toll. Was? Ich habe sie auch noch getötet. Yes. Ich bin voll gut. Ich habe voll drauf immer wieder. Ich brauche das Pferde da mal wieder. Ich brauche über die Ziele... Boah. Sie haben immer spawnen müssen. Spawn doch nie. Was kann jetzt hier die richtige Taste... Hach. Hat die nicht eben noch irgendwo hier... Sie war, ja. Geht, tschüss. Ähm, und jetzt? Jetzt! Ja, die hat das schon geschossen, bevor ich um die Ecke kam. Zählt mir nix. Ach, scheiße. Hab ich sie doch getötet, ne? Ach, leck mich doch. Aber so richtig am Arsch. Schnauze. Stirb. Was? Ich schon wieder zu zweit. Ach, komm. Ich trage euch einen anderen Gegner. Einer, der nicht so auf eurem unteren Niveau spielt. Mit eurem schlechten Skill überfordert ist. Äh, verwirrt. Ich bin verwirrt, weil ich so schlecht spiele. Das verwirrt mich. Ich bin normalerweise gewohnt, dass die Gegner gut sind. Aber die sind hier total scheiße. Hä? Stirbt ihr auch irgendwann mal? So. Wow. Ach so, die Waffe ist okay. Ich hatte irgendeine scheiße Waffe. Und jetzt. Ich war jetzt schon wieder zu zweit. Ich glaub's einfach nicht. Ich bin ja dann bloß aufhören. Ich könnte mich einfach hinstellen und abschießen lassen. Das finde ich fair. Toll, die hast du wirklich gewonnen. Toll. Und hier gibt's hier keine Archive, wenn's das hier. Ha, ha, ha. Und schon steig ich zum dritten auf. Und schon bin ich dritter. Das wäre beeindruckender, wenn's irgendwie zehn Gegner wären oder so. So, und so ein bisschen, ne? Toll, zwei Fracks noch. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Zu weit weg. Hey, vielleicht kommt sie jetzt her. Nein. Bin ich auf sie, Bumke rausgehend. Ach. Kaum wird mal aufzuschießen, kommt sie rauf. So feige. Hat sich selbst getötet. Nicht unbedingt das Beste, aber hey. Besser als gar nichts. Da liegt noch eine Tote. Ach, scheiße. Er hat denn da die Wand hingestellt. Die stand doch vorhin da doch nicht. Sieh beim Autofahren. Wenn plötzlich die Bäume auf einen Zugrand kommen. Oder die Wände. Das hat nichts mit Alkoholkonsum zu tun. Leck mich doch. Oh, ich hab den linken Grafikfehler. Ich zeige euch schon noch, wer es sagt. Ich hab mehr Zeit als ihr. Hoffe ich. Wechselwaffe wieder. Waffe und Wechsel. Ganz vorsichtig weiter. Also wie gesagt, mit der Musik muss ich nochmal gucken. Was das genau ist. Wie nicht geht. Müssen wir jetzt bitte mal sterben? Da mal. Mensch. Das ist doch allen nicht so schwer in dem Bestürz. Das war das hier Getschile. Das geht mir das schon für eine gar nicht. Das weiß ich. Das habe ich schon selbst ganz oft ausprobiert. Ich hoffe, die Kills zu klauen. Was ist denn jetzt? Ach Mist. Gewinnig einen schnellen... Öh. Döh. Schnell Start button. Schnell Neustart button. Hebe mir in den Boden kommt. Er gehoben. Ach komm. Die cheaten doch. Das ist eindeutig. Er hat noch Aim-Board an. Das sind doch Bots, was die da benutzen. Sehe ich gleich. Schön, dass du zweit. Das ist wohl unfair. Ich freue mich schon, wenn ich nur gegen einen kämpfen darf. Das ist richtig. Da ist ein Grafikfehler. Guck mal. Lustig. Ich probiere, dass das so sein soll. Das soll so auch nicht sein. Bin ich mir auch sicher. So. Machen wir auch diese coolen Booths. Kann ich die auch irgendwie machen? Weiß das jemand? Das sind so zwei geschießende Raketen auf mich. Yes. Was? Ich habe keine Emotionen mehr? Was ist denn der Unsinn? Kann man doch nicht machen. Kann man doch nicht einfach mal eine Munition wegnehmen. Boah. Die schlussene lädt ewig nach. Ist ja gar nicht. Nehmen wir sie wieder. Oh, so scheiße ist es. Die Dörfer. Das ist irgendwie so super fenn-fausendfach-damage. Was? Jetzt klauen sie mich schon selbst. Schnauze. Ich kann mich nicht nerven hier. Was sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Hm, schön, wie ich reinlaufe. Kommst du wieder runter oder? Ne? Ne. Halt ich mir eher unwahrscheinlich. Ich kann mich auch mal eine Kills zu klauen. Kannst du doch um Stunden, haben die gesagt. Stunden später. Oh, ich habe es gleich geschafft. Gleich. Gleich. So, wir nehmen erst mal ein bloßes Raketenlacher. Oh, wie ich sie nicht treffe. Yes. Hey, ich bin erster. Ach, Mist. Dachte, ich hätte sie noch erwischt. Nein, habe ich nicht. Was sind sie denn hinten? Ach doch. Oh, Moment, da ist noch eine. Die rutschen da irgendwie so immer nur so lustig vorbei hier. Wie so in einem schlechten Horrorfilm hier. Ich muss hier hin. Ich könnte mal Super-Health mitnehmen. Oder wie auch immer der Scheiß heißt. Äh, Mega-Health. Mega-Super-Geeker ist alles. Das ist der Scheiß. Ich glaube, die Munition nehme ich doch mit. Yes. Voll erwischt. Hat auch fast meine gesamte Energie gekostet. Ich habe mich nicht selbst getötet. Moment lang habe ich gedacht, ich habe mich selbst getötet. Das ist ja scheiße gewesen. Alles ist besser. Und wieder eine getötet. Ach, Mist. So ein Trotz-Track hier. Ah, hier ist schon ein Raketenwerfer. Das geht gar nicht. Ich hole mir auch mal einen Raketenwerfer wieder. Einzig brauchbare Waffe in dem Spiel. Bisher. In diesem Level soll ich vielleicht eher sagen. Hä, hier ist immer auf, hier rauszuschieben. Yes. Voll ein Headshot gedrückt mit der Rakete. Raketen-Headshot. Meine Spezialität. Schaffe ich so alle halbe Stunde mal. Das ist unfair. Das ist so unfair gewesen. Gar nicht. Ach, komm. Das war meiner. Oh, sind wir schon wieder zu zweit. Ich hasse es. Kommen die immer wieder alle her. Komm fast mal in die Spawn hier immer wieder. Was? Noch Zweiter? Das geht ja mal gar nicht. Zweiter reicht nicht aus. Es sei denn, es spielt nur einer mit. Dann geht es weiter noch. Aber so. Oh, ich kann auch, wenn ich rechts gedrückt halte, kann ich mich nicht drehen. Interessant. Nicht, dass ich das jemals benutzen werde, aber hey. Super, leckt mich. Fängt so gut an und dann ziehen sie mich schon da voll ab. Jetzt brauche ich auch wieder so scheiße. Ich dachte, die Kopfhörer ist um die Ecke, aber nee. Oh, ich habe sie getötet mit dem Maschinengewehr. Da kommt gleich die nächste Raketenwaffe. Ich bewege mich mal zur Heilung. Heilung. Fast schon so ein bisschen. Toll. Heilung. Panzer. Ich habe einen schönen, dicken Anzug an. Anzug, ja. Gehe ich jetzt doch jetzt zum Geschäftsessen mit dem Anzug. Und dem Raketenwaffer. Ein, die Sache. Ich werde schon wieder von zwei geschossen, oder? Ja. Führt euch doch gegenseitig. Lasst mich in Ruhe. Hey, ich habe sie getroffen. Ich bin voll gut. Ich habe voll drauf, mal wieder. Was ich mal treffen würde. Also. Gehe ich einfach nämlich dann mal mit. Heilung nehme ich auch mal mit. Yes. Nehme ich mal mit. Danke. Hier ist nichts. Noch nichts. Super. Ich muss noch fünf Kills schaffen, bevor die andere einen schafft. Vielleicht küsse ich mal wieder selbst. Ach, leck mich. Ob das sah es gutemassig überhaupt so aus? Habe ich angezeigt, sehr schön. Hab euch lieb. Schnell. Große Rakete. Oh, gib mir das Ding mit einem großen Rohr. Hey Süße, das ist noch meinen Raketenwaffer sind. Ja. Vielleicht treffe ich auch was. Boom, boom. Oh, gewonnen. Ein Aimboot. Mach das schon. Erst hier reinschießen, dann abhauen. Was soll denn der Fall? Ich küsse. Ach komm, das war meiner. Ich habe zuerst getroffen. Ach, sie schon wieder. Das geht ja gar nicht. So überhaupt gar nicht. Hörst du noch, wenn das jetzt gar nicht geht? Also so die letzten zwei Sekunden, ob das schon mal erwähnt? Ich schieße erstmal auf Glück irgendwo rein. Erst mal eine Rakete reinschießen, bevor ich reingehe. Wie in der Realität. Ich schließe auch erstmal eine Rakete in jeden Raum, bevor ich reingehe. Na. Beigelein kommt nicht raus. Bin ich jetzt weiter tot? Ich glaube schon. Toll. Den Kill wollte ich doch noch machen. Zwei, vier. Toll. Ah nein, wo ist sie? Verdammt. Die kann nicht einfach an mir vorbeilaufen. Ich habe doch hier noch irgendeine rumlaufen gesehen. Komm. Das ist ja kein Scheiß. Ha. Voll weg im Meer. Hast du gesehen, wie ich es gemacht habe? Ja. So ist das eben, was ich mit mir anlege. Meine Pro-Skills. Ja, da muss man schon richtig scheiße sein, um zu verlieren. Ach, schon wieder sieben. Die cheatet doch. Die spielt mit Skill. Das ist doch verboten. Ich bin mir sicher, das verstößt gegen die offiziellen Regeln, dass, äh, der, keine Ahnung, ESL oder so mit Skill spielen. Das geht bestimmt gar nicht. Was hast du denn da jetzt? Maschinengewehr, ey. Geht's noch? Super. So schießt Raketen immer schneller als bei einer Schock... Schock... Schockrinde. Das ist doch völlig unrealistisch. Jawohl, war doch Quake, äh, Quake 3 Arena, äh, überhaupt mit seinem Realismus bekannt. Aha, schon wieder zu zweit. Hey, hab ich sie noch getötet? Ich glaub schon. Ich bin voll gut. Wenn ich jetzt noch gewinne, bin ich richtig gut. Ja, das schaff ich noch. Ich hätte nur ein paar Kills falsch bekommen. Und hätte gleich gewonnen. Ich schnappel den Raketen einfach und schaff das so. Moan! Ich bin voll zum Kotzen. Ich hätte das Spiel nie anfangen sollen. Ich freu mich schon auf die letzten Level, die dann ja, glaube ich, theoretisch wertiger sein sollen. Hab ich jetzt gehört, gerüchteweise. Sollte man nicht schieben die KIs ein. Mach Leck mit, doch. Ich hab fast schon die erste Runde geschafft. Ach, komm! Kann ja nicht sein. Ich hab doch voll, äh, voll alles weggemeldet. Wechsel, die Waffe wird auch schneller. Was? Die kommen jetzt auch so durch, da ist nur eine Plattform, da kann man hoch, ne? Das ist ja kein Ort, wo man bestimmt campen kann. Ich schieße das Pumpe irgendwo, wo ich rumlaufe. Was? Nein! Ganz schlecht. Ich hasse das, wenn die Waffe leer ist. Ich hab da keine Zeit auf, fünf Schuss. Da sind in der Ammo-Box weniger Meditionen drin, Schuss, Schuss, Muniz, Dings drin, als im Raketenwaffe selbst. Wie war ich mir immer so schnell aus? Das geht doch gar nicht. Ich find's immer geil, wenn sie in den Raum kommen und vorher schon abdrücken. Nehmen wir mal dieses Mega-Health. Hey, ich hab einen Kill. Äh, nein, doch, Mega-Health. Ich hab's nicht verwechselt. Ich kenn mich halt aus. Ich bin halt voll der Pro. Was ist denn die jetzt schon wieder? Ich hasse es. Was ich auch nie sieht. Hallo, was sei denn hier? Lass mich mitspielen. Mensch. Ich kenn das auch, wenn euch kleine Schuhmädchen nie mitspielen lassen. Was macht ihr da? Wenn ich was ihr mach, dass ihr so stöhnt, aber ich will mitmachen. Yes. Voll in deinen Kopf. Ich versteh gar nicht, dass die muss unser Platz, wenn die Rakete getroffen werden. Kommst du runter? Nein, wohl nicht. Du feige. Wow. Wow, 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 wow. Ach, komm, das war mein Kill. Ich fand schon mein Name drauf. Ich hasse es. Die alle sterben. Schild. Äh, wo ist er denn jetzt hin? Das fühl ich mal wieder nicht. Ich bin da. Ich bin da. Fast schon wieder gut. Ich bin richtig gut im Schlechtsein. Arsten, nicht schon wieder. Ich bin da. Du, das war jetzt so wieder so ein bisschen Scheiß. Wir haben das keine Munition mehr dafür. Braunst du mal wieder? Ah, ich bin da. Ah, sie schon wieder. Wir haben Scheiß. Da ist er. Wir sterben. so war das nicht gemein ich hab immer noch keine Munition hä, wie ist das noch an zu bauen denn die Munition, dann hätte ich mal wieder neu auch jetzt, jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot nicht normal, überraschenderweise nicht ich lebe allerdings auch nicht mal, super, schon wieder viel Vorsprung es ist leicht zu überbrechen was zur Hölle, hör auf im Boden zu stehen das ist doch unfair bringt da gerade irgendwas in der Luft ich muss es mal genauer anschauen, aber ehrlich gesagt hatte ich das für keine so gute Idee von hinten schon wieder hat mich selbst gekillt ja, er hat sich selbst gekillt wenn wir mal einen grammatikalisch korrekten Satz bilden können das ist voll falsch im Satz, ey, Spassi ich nehme noch ein bisschen Heilung mit ein bisschen Munition ein bisschen Panzerung dann schießen wir einfach mal was los in die Gegend das ist voll unfair, dass die nicht da bleibt ich bin jetzt hin das ist irgendeinem Wasser, oder? das möchte ich bejahen ich habe es gesehen, dass ich nicht mehr toll, bringt mir natürlich nichts so, wenn du keine Munition hast, bist du doch tot ah, fuck bis ich endlich eine richtige Waffe habe, bin ich schon wieder tot toll einfach nur, ja die Knabe ist auch total scheiße Dämon empfiehlt ihr auch noch diese Spassi, die ich keine Ahnung haben man höre ich ob es so ein Noob, ey sein Aimbots hier geht mal gar nicht so, ui ja, ich bin schon wieder dritter ich bin voll gut oh, ich bin dabei, mich selbst zu töten muss ich mal aufhören zu wissen, wo ich hinschieße schwierig zum Glück lädt es so schnell ich stelle mir das gerade so vor auf so einem uralten, keine Ahnung Pentium 2 oder so wo es halt eine halbe Stunde lang lädt auf den minimalsten Einstellungen ach, übrigens mit dem Patch 0.8.8 0.8.8 technisch den ich drauf habe oder der deutsche Patch ähm funktionieren Voodoo 1 Grafikkarten glaube ich nicht mehr also wenn ihr den Patch wenn ihr noch eine Voodoo 1 Grafikkarte habt kann es glaube ich sein ja, Voodoo 1 war es wenn ihr jetzt nicht täuscht dass die dass das Spiel nicht mehr läuft also da müsst ihr euch leider eine neue Grafikkarte kaufen also in Voodoo 2 geht es noch das heißt schickt euch einfach eine davon rein und gut ist dann könnt ihr es wieder spielen diese Frack ach, ich glaube es nicht oh, super ich habe ich hasse sowas zu spawnen und gleich beschossen werden das ist ich könnte kotzen oder sowas ja, ich will jetzt weglaufen ähm da bin ich so feige lauf halt weg Mann wie so aggressiven Frauen hier gar nicht das ist ja heute oft das geht gar nicht das geht ja gar nicht das ist ja heute so oft das geht gar nicht das geht gar nicht das geht ja gar nicht voll in V oder wo auch immer ich getroffen habe oder wo auch immer ich getroffen habe ich bin voll krass Mann ich bin der krass Mann ich bin voll krass Mann so oh ist es wieder runter oder oder schnauze hier das ist mein Platz für deine eigene Brücke wo du nachts wohnen kannst. Ach komm! Ich höre nicht mal dieses Klinggeräusch. Mache ich überhaupt Schaden? So bei jedem dritten Schuss, ne? Schaden in jeder siebten Rakete. Aber nur für kurze Zeit. So, Panzerung, Heilung, Raketenverfahren. Das liegt ja nicht überall mega herfrum, nur für mich und... Kommen die wieder rauf? Wurde mal eher nicht so nah, die ist feige, die läuft weg. Boah! Boah, schon wieder von hinten. Boah, war ich gerade soo gut. So ein bisschen fast schon. Jetzt mal aufhören, in beide Richtungen zu schauen. Also vorne und hinten. Das ist eigentlich... leicht unfreundlich. Boah, jawoll. Mann, dafür werde ich länger brauchen, als will... ...die sind zwei auf innen sein, glaube ich. Das ist halt ein schlechtes Spiel, merkt man gar nicht. Mann, stirb doch. Einfach, wenn ich auf dich schieße. Doch, ziehst du ohne Raketen? Gibt's da nicht was? Ziehst du ohne Raketen? Gibt's da nicht was, um Platz zu fahren? Wie, die haben sich gegenseitig getötet. Ach, leck mich. Time 4, was soll denn das heißen? Wo ist überhaupt mein Ping? Null. Kein Wunder, sie schlecht. Mein Ping ist so hoch. So, wir sammeln mal ganz viel auf. Oh, jetzt habe ich doch mich ganz selbst getroffen. Na komm mal, stehen. Treff dich so schlecht. Yes. Ich habe voll gut gespielt. Äh. Ja. Fast nur so ein bisschen. Yes. Und noch ein Kick. Ah. Huh. Keine Munition mehr. Ich hasse diesen Moment, wo du feststellst, du hast... ...wenn man feststellt, dass du... ...wenn man keine Munition mehr im Lauf hat. Ich hasse diesen Moment, wirklich. Boah, alle haben immer Schade in einem Stier. Du, nicht ich. Die Boxen scheinbar geistert behindert und verstehen die einfachsten Dinge nicht. Fight. Meine Mutter ist ein Fight, Alter. Scheiße, jetzt ist hier nichts. Scheiße. Ach, weg mich doch. Weg mich. Weg mich. Oh, was zur Hölle? Hier bin ich... Hier gehe ich mal. Mir gefällt es hier nicht. Zu durch... Zu viel Durchzug, wisst ihr? War da nicht eben einer? Ach, da ist einer. Deswegen schieße ich jetzt erstmal irgendwo daneben, weil... Treffen kann ja jeder. Was? Ich hab... Ich hab mich doch voll getroffen mit der Rakete. Das ist doch nicht verarschend. Hopp. Mehr Heilung. Äh, mehr Gesundheit. Äh, was auch immer. Mehr grüne Kreuze. Ich bin beim grünen Kreuz. Das sind das rote Kreuz für Bäume, wisst ihr? Deswegen grünes Kreuz. Kapiert, voll lustig. Lacht gepflegt. Hier lachen einfühlen. Hier nicht. So. Was gibt's doch nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Spiel ist mir noch zu einfach. Viel zu einfach. Was? Ach, er ist jetzt schon der Gegenseite. Er ist jetzt getötet. Das machen sie nur, damit ich keine Kills bekomme. Ich hab die Rakete gesehen. Habt ihr sie auch gesehen? Nein? Ja. Da braucht man schon Reflexe, wenn man die sehen will, ne? Ich hab die Loops, aber alle nicht. Yeah, ich bin Zweiter. Ich hab mich vorgearbeitet. Das ist bei so einer Menge an Spielern schon beeindruckend, Zweiter zu sein. Hm, fasst hier so ein bisschen. Oh. Das ist keine Panzer, oder? Der Gopft hier wäre Panzerung. Hier ist Panzerung. Ich brauch mehr Panzerung. Ich brauch so permanent 200, 200. Und so ein unlimited Raketenwerfer. Rocket Launcher in the unlimited edition. Was seid denn ihr? Will mitmachen. Ich will aber auch da nicht weggehen. Hier ist eng und so. Ich mag's eng. Da war die Zweite. Wie irgendwie Zwillinge, oder was? Oder wo kann man euch nicht... Wow, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich schreib's einfach mal wieder drauf. Toll, wo soll ich denn jetzt hin? Willst du bitte mal sterben? Ich hör's bing, bing machen, aber er stirbt nicht. Warum schirrfst du nicht? Was ist TSK? Was soll das heißen? Toller Skill. Ja, ich hab's echt drauf. Ist so recht beeindruckt, Kleines. Da ist Sachsen, du type ich dir. Ich soll euch nicht lesen, was da oben rechts in einem winzigen Textfeld steht, während ich hier rumlaufe und Frauen mit Raketenwerfern auf mich schießen. Das ist ja wie in der Realität. Ich wusste gar nicht, dass es so real ist, das Spiel. So, ähm... Ich war kurz mit dem Gedanken woanders. Ich war in der Realität. Da, wo Frauen mit Raketenwerfer auf mich schießen. Ich bin immerhin permanent, schlechtestenfalls Dritter jetzt. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich auch gelegentlich Vierter wurde. Zieht doch. Ich hab's genau gesehen. Sie hat ein Aim-Bot an. Sie zielt gar nicht selbst. Sie macht alles im Computer. Oh, ich nehm noch ein bisschen Munition mit. Yes! Ich hab einen Bot, der sie nicht bewegt hat, getödelt. Ich bin so gut. Ich treff sie einfach nicht. Sie hat einfach ein Speed-Hack an. Das ist viel zu schnell, dass ich das nicht treffen könnte. Ich trete die Munition aus. So, sind denn die schon wieder? Na, endlich. Sie ist tot. Ich hab schon wieder fast alles durchgelassen, was ich dabei hatte. Ne, Munition. Munition ist erstmal prinzipiell gut. Ich brauchte aber noch ein bisschen mehr Munition. Mehr Munition ist prinzipiell noch ein bisschen besser als Munition. Die aber erstmal prinzipiell. Ich bin voll in die Rakete gelaufen. Ich bin toll. Das war eine sehr gute Idee. Deswegen hab ich's auch gemacht. Das kann sich um Stunden handeln, bis ich die Munition endlich mal schaffe. Ach komm, die wollte ich töten. Also so, wie viel wollte ich das tun? Naja, mit den komischen Raketenschuhen hier. Was soll ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Nein! Ich hab den Lead verloren. Ich hab das Lead verloren. Och komm! Killstealer. Roadbun. Ach, wie ich das hasse. Die treffen mich aber auch immer. Wie machen die das? Guck mir vielleicht her. Ach komm! Killste einen, dann kommt vielleicht die nächste. Geht ja mal gar nicht. Und das passiert, wie man Frauen gleichprächtig behandelt. Sie töten einen. Mit Raketenwerfer. Da oben ist sie schon. Ich lauf doch zehnmal so schnell wie ich. Komm. Erzählt mir nix anderes. Seh ich genau. Yes. Oh, der Rieberknapp. Oh, ich nehm mir die Panzerung mit, die nur so halb was bringt, oder? Kann das sein? Quake-Entwickler hatten nicht so übrig für Panzerung. Yes. Ganz viele Kills machen, bevor ich gewonnen hab. Toll. Gleichzeitig darf ich selbst nicht gekillt werden. Hallo? Hä? Wie kamen denn die jetzt da hin? Ich glaub, es hackt hier. Ich geh mal weg. Ich hol mir erst mal die richtige Waffe. Und dann lauf ich einfach weiter. Ach, komm. Na, also. Ich bin doch fast tot. Heilung. Zu wenig Heilung. Ich brauch mehr Heilung. Huah. Hier steht ja zehn. Ich glaub's ja einfach nicht. Was sind denn die? Das ist sehr effizient da oben rein zu ballern, wenn man nichts zieht. Und wenn kein Gecker da ist, nichts. Hallo? Ah, Ruckel. Hat geruckelt. Oh mein Gott. Ich hatte einen plötzlichen Frameworkbruch. Ich bin traumatisiert. Hennen Sie das auch? Menschen werden immer wieder traumatisiert, weil sie plötzlich Frame-Einbrüche haben. Helfen auch Sie mit und spenden Sie einen High-End-Rechner für diese armen, bemittelheitswerten Menschen. Jetzt sofort! Mist, ich brauch wieder eine Raketenwaffe. Und dann werde ich noch heute zu einem besseren Ort. Boah, das erste Mal, wo ich wirklich nah dran bin, dann verliere ich noch ewig auf. Ja, toll. Okay, Waffa. Was hast du denn so gedacht, ne? Ich kann mir vorstellen, dass du so gedacht hast, ne? was du gedacht hast, hast du nicht gedacht, was ich gedacht habe, was du gedacht hast, ne? Äh, was zur Hölle? Ach, Scheiße. Hab ich ihn noch erwischt? Da hatte ich vorher schon elf Geld. Scheiße. Okay, ich habe einen wieder Schutz mir getötet. Ich habe es mir voll auf das. Na, ich habe sie noch gesehen, aber... Super, jetzt habe ich hier noch die Pistole. Toll. Ach, nö, ist so knapp. Neun. Neun. So, die ist weg. Danke. Scheiße. Halt, 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 halt. Yes. 13. Ich würde sagen, ich kann noch gewinnen, aber das kann ich nicht. Oh, so knapp. Weg mich doch. Also nochmal nach vorne. Ich glaube, ich bleibe jetzt immer hier vorne. Hier ist es schön. Okay, hier vorne ist Scheiße, da bleibe ich nicht nach Hause. Was zur Hölle? Ich... Darf ich vielleicht erst mal was machen, bevor man stirbt? Neun. Abgelähmt. Pistisch. Gester. Was ist denn der Unsinn hier schon wieder? Ich bin voll Lied, Mann. Ich habe voll Lied geteilt. Teilt ab, Baby. Ähm. 111. Hm. Einfach weiter schieben. Was sind wir jetzt? Schreck, verdammt. Läuft das nicht immer weg. Ich will das mal spielen mit euch. Ich will euch mal einen echten Hasen zeigen. Was sind die? Das eine Mal. Ich schieße jetzt einfach mal auf Glück irgendwo hin. Vielleicht treffe ich ja irgendwann mal was. Das lege ich richtig los. Wenn ich mal einen sehen würde, dann hätte ich auch. Ich schieße besser nochmal dahin. Man weiß ja nicht, ob man ihn mal trifft. Meine gute Freude gibt doch einen Schiss hier, nicht? Ich will mich nicht in diese Ecke drängen lassen, glaube ich. Ich bin schon in dieser Ecke, stelle ich fest. Ich bin in einer Ecke, in die ich nicht gedrängt werden wollte. Aber es waren wenigstens halbwegs gut. Ich lost das Lied. Das geht ja mal wieder gar nicht. Mist. Wo ist sie? Wo ist sie? Siehst du mich? Sieht bloß ihre Raketen. Ach, komm. Ich stirb doch mal, wenn ich mit einem Raketenwürfer auf dich drauf schieße. Wehe, jetzt kommt die mal mit diesem unsinnigen Konzept von wegen Treffen. Treffen, das war so ein Loops, ey. Prost töten auch ohne irgendwas zu treffen. Deswegen ziehen sie ja auch los. Yeeeah. Das war voll gut, man. Scheiße, warum stirbt denn die nie? Das finde ich immer voll unfair. Hammer. Super, hier haben wir noch einen Schuss hinter, die haben den... Super, die wollte ich töten. Oh, die ist schon wieder 7 kills. Ich glaube es nicht. Wie macht ihr das immer so schnell? Cheatet doch. Geht ein. Schnauze. Ich bin hier der Chef, hier, ne? Big Boss. King of the Ring. Der mit den Hosen, der hier die Hosen anhat. Ach, hör auf, meine Kills zu klauen. Keine Wunder, dass die mir so schnell fertig ist. Klaut meine Kills. 8, 8, 6, 4, das müssen wir noch ändern. Das ist so noch nicht so akzeptabel. Das Problem ist immer, die zu finden. Ich schieße gleich noch mal da hinten rein. Hä, süße, soll ich die auch mal hinten rein schieben? So, wir suchen jetzt weiter die Gegner. Jetzt schauen wir noch eine Mission auf. Mehr Mission, mehr Heilung. Noch mehr Heilung. Ich habe sich gar nicht mehr gegenseitig gefühlt. Oh, komm, die hat schon 11, das kann doch nicht sein. Wie macht die das? Oh, die Brasche hat nur noch 3 Kills. Ich finde die teilweise nicht mal. Oh, leck mich. Das ist schon wieder mein Kill, natürlich. Ich bin ja mal gar nicht hier. Boah, super. Keine gute Wache mehr. Ja, toll. Repay. Ich bin ja mal weg. Ich hatte den Lied auch noch nicht immer. Ich sollte etwas verlieren, das ich nicht habe. Idiot. Dummes Spiel. Boah. Boah. hallo. Ach, ich bin ja zu zweit. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach, jetzt. Es stirbt doch einfach. Ich hasse Shooter, in dem man treffen muss, um auch jemanden zu töten. Kann das nicht einfach irgendwas einfaches sein? was? Ich muss mal ein Wort mit den Entwicklern reden. Ich muss dem mal demonstrieren, was passiert, wenn man vom Teintreffen vom Raketenwerfer abgekommen ist. Das ist leicht ungesund. Kann springen, hey. Toll, wenn ich die Tasse gedrückt habe, passiert nichts. Das ist nicht gut. Sind denn die schon? Yes. 2, 3, 4. Das wird doch wieder nichts. Ich schieße auch auf gut Glück irgendwo hin. Das ist alles meine Kills. Alles meine. Kommt doch mal. Mist, Mist, Digga. 3, 3, 4. Kann man hau denn da so lang? Geht aber gar nicht. Das ist ja unmöglich. Boah, dreht sich so schnell. Bist du ein Karussell oder was? Hey, ich bin Leader. Yeah, ich bin's. Yeah. Sehr schön, dass du chattest. Ach, Mist. Mist. Was? War das kein Treffer? Wieso kann ich aus zwei Kilometern im Fernsehen immer noch? Ha! Da hat's die. Da hat's nicht gerechnet. Da hat's die Augen gemacht wie ein Fahrrad. Fahrrad, da machen die schon immer so Augen. So augische Augen. 777. Schnapszahl. Da müssen wir das alle in Schnaps ausgeben. Also meine Abonnenten hier jetzt. Alle. Alle 361 die ich momentan hat, müssen wir jetzt einen Schnaps ausgeben. Ich glaube, ich lasse mir schon mal eine neue Leber beantragen dann. So, wo geht's denn hier ab? Ich kann es sein, dass die sich ja ewig noch behaken und dann immer noch so viel aushalten. Wenn die ich irgendwie volle Energie habe und die treffen mich zweimal und dann muss ich mal feiern. Aber sie sind bei mir, ja. Da haben sie Miststücke. Miststücke. Was sind sie denn jetzt? Hallo? Ihr dürft euch jetzt langsam nähern. Aber unbewaffnet, ja? Werft die Waffen weg, äh. Werft die Hände weg und hoch mit den Waffen. Oder so ähnlich. Yes. Yes. Ja, stirbt doch einfach. Hm, das wird jetzt eng. Oh, verdammt. Hm, die Akten fliegen aber zu langsam. Nein! Ach, scheiße. Jetzt macht sie wieder 2 Milliarden Kills in drei Sekunden. Wie auch immer sie das immer macht. Dann ist wieder Feierabend. Das ist die halt nicht gewinnen. Was bringst du denn nicht mal runter? Wenn ich die ganze Zeit von dir erwarte. Super. Super. Hör. Haben wir uns vielleicht auch Scheiße genannt. Was sie von mir töten. Wenn sie dich töten, gewinnt sie. Hört auf mich. Denn die verlieben wir beide. Das müssen wir wirklich nicht sein. Oder? Nee. Ich bin nicht wichtig, dass das sein wird. Yes. Yes. Ein Kill noch. Och, komm. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Rotz, dass ich einfach umgedreht habe und mich instinkt gekillt habe. Das mache ich nicht so viel Schaden mit den Waffen. Das stimmt hier doch nicht. Ich will auch so viel Schaden machen. Wechsel die Waffe. Schnauze da oben. Ich habe hier was zu sagen. Ach. Ich hasse es. Scheiß Spiel. So, komm. Ach. Halli, die Fresse. Hey, das war mein Kill. Killstealer. Vote bun. Vote bun. Wechsel. Ich muss noch schnell Munition haben. Heilung, Panzerung. Weiter geht's. Wo sind sie denn jetzt hin? Die sind weg. Ich soll erst mal so ein bisschen da sinnlos rein. Yes. Da wolle ich jetzt nicht hin. Das ist weit von der Munition entfernt. Ein Stück laufen, Munition holen. Was bist du denn jetzt? Komm her. Hier nicht anpissen und dann abhauen. Stell dir vor, könnt ihr euch das vorstellen. Wie man pisst euch an der Raststätte an und haut dann einfach ab, ne? Bevor ihr die Chance habt, zurückzupissen. Das geht ja gar nicht. Ich hab's noch getötet. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch so bedingt mitbekommen. So am Rande. Als ich zerplatzt bin. Kennt ihr das? Ihr zerplatzt und bekommt irgendwas am Rande noch mit. Erstmal weiterschießen. Was zur Hölle? Ich laufe halt nicht weg. Braucht neue Munition. Gut, dass es mir auffällt, bevor es zu spät ist. Ich will doch nur einmal gewinnen. Das ist zu viel verlangt. Ja. Ach, nur noch dritter. Wie kann ich ein dritter sein? Dass es zwei erste gibt. Ach, schulder zu zwei. Die sterben einfach nicht, wenn ich so das Schuffler treffe. Was mache ich falsch? Ich höre doch das Geräusch, das ich so treffe. Jetzt habe ich irgendeinen Killbefehl. Kill. Kill all. Ich will mal aufhören, hier ständig zu überleben. Ich will bitte mal aufhören, mich ständig zu töten. Das wäre es ja nett. So. Was findest du denn jetzt? Oh. Hallo. Voll von vorne im Mann-gegen-Mann-Duell. Das sind auch so viele Arten gelogen, das glaubt man ja nicht. Einfach da, jetzt kommt die nächste. Boah, komm. Du, stirb doch einfach mal. Bei mir schienen sie nur grob in die Richtung, das passt schon. Da wolltest du mich wieder trakiert, direkt ins Gesicht treffen, ist jetzt mal gar nicht die Rede. Wir sind so duell hier vor Ort. Boah. Man glaubt es nicht. Aber echt nicht. Haha, wer Chattet verliert. Chattet ist eh nur da, um sich mit unwichtigen Personen zu unterhalten. Wer will sich schon mit anderen Menschen unterhalten? Ich hab gehört, solche Freaks soll es geben, aber ich glaub da nicht dran. Oho, ich hab so eine Schupfhunde getötet. Macht mich jetzt glücklich. Zu gewinnen wird mich auch glücklich machen. Schon wieder am Verlieren, das gibt's doch nicht. Wie machen die immer so schnell so viel Schaden mit den Waffen? Wie? Das geht doch gar nicht. Die spielen mit modifizierten Innis, Banzi. Schnauze jetzt hier. Oh, die treffen halt. Treffen. Ich halte Treffen für etwas völlig Überbegärtiges. Ah, seh ich jetzt erst mehr. Jetzt will ich... Da ist noch eine. Ah, super. Das ist zum Kott sein. Raketenwerfer. Raketenwerfer. Ach. Was soll denn der Unsinn? Geht der mal ja nicht. Oh, komm. Das ist ja nur noch gerade erst angefangen. Ich hab die Entfühlung schon verloren. Die ich nicht mal hatte. Toll. Wo stellt man sich hin in der Meck? Gibt's nicht eine Camper-Version von Open Arena, wo man sich einfach nur hinstellen lassen kann? Hey, ich hab die erwischt. Ich bin so toll. Ich hab nur mal die gesamte Munition gekostet. Und ja. Dann war ich auch schon wieder tot. Ich hör ständig ihre Todesschreie, aber ich weiß nicht wo. So mal berechnen. Was ist die Hölle? Okay, dann warf ich ein Duell am Morgen. Ich hab da Kummer und Sorgen. Ich wünschte, ich hab noch was treffen. Boah. Sie stirbt einfach nicht. Sie blieb immer noch. Alter. Hallo. Super, wie oft hab ich jetzt nochmal Schoffeln hier getroffen? Was soll der unsinn hier? Das sind Blutflecken ohne Ende, aber es passiert irgendwie nichts. Kommst du jetzt auf einmal her? Du warst doch ganz weit weg, hä? Bist du mich verarschen? Zwei Schuss mit der Schoffeln und ich bin tot. Ich treff dir irgendwie fünfmal und ich bin tot. Kommt jetzt ehrlich, wir sind unzuhig wie die Distanz. Schottfühlen sind für Entfernungen gemacht. Wie Pistolen. Was ist das? Das war jetzt ja aus Halo. Pistolen. Wieso gibt's ja keine Pistole, hä? Dann will ich nicht gewinnen. Ja, ja. Die guten Waffen sind wieder entfernt. Hey, ich hab sie getroffen. Ich weiß nicht, ob ich da getroffen hab. Aber hey. Steppst du irgendwann mal? Das ist... Super! Ach, scheiße. Heilung. Panzerung. Na ja, toll. Kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Ich hab mir dazu entschieden, das Spiel noch komplett von vorne anfangen zu spielen. Wenn ich jetzt verliere, fang ich noch komplett von vorne an. Das ganze Spiel noch einmal. Ich glaube, auch in diesem Video werde ich diese Runde hier nicht schaffen. Ich bin Optimist. Ich schaff's nicht. Hüpf. Ah, jetzt klaust du mich wieder meine Kills. Super, ja. Ich hab überhaupt keine Kills noch. Mann, Mann, Mann. Halt doch einfach um, wenn ihr ruhig schießt. Können wir nicht irgendwie die... Waffen eben modifizieren? Das ist einfach ein Schlag tun. Alles auf der Karte tut. Wenn einer abdrückt. Toll. Tschüss. Zum Erbrechen. Zum Erbrechen. Zum Erbrechen ist es doch. Oh, mein Kill. Oh, tot. Ja. Toll. Hä? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Hey, habe ich es noch erwischt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ja, doch. Ja, komm, das war eh nichts. Hallo. Oh, schon. Ich bin verwirrt. Da war doch eh mal eine Rasse. Ich verarsch mich doch. Ich kann doch viel höher springen als ich. Boah. Wie oft muss ich denn die treffen, wenn es die endlich mal umfällt. Ich hasse es. Ich hasse es. Das ist wohl scheiße, ey. Das ist ein Loopspiel, ey. Das ist was einfaches spielen. Die sind zwei auf Inseln, ey. Versagen nochmal. Das war einfacher. Versagen war auch nicht so unfair. Ja, ha. Dann wurde zum Beispiel erst zwei Sekunden nach Bema eingespawnt ist. Geschossen. Nicht sofort. Gibt es nicht einfach so eine schnelle Rundgree-Start? Nein. Ach doch, die ist da in der Arena. Das geht auch. Toll. Das dauert nur jedes Mal eine halbe Stunde. Muss ich mich das Menü aufmachen. Und dann muss ich mich noch ausbewegen. Boah. Hört auf mich zu töten. Das ist verboten. Ach, komm. Er hat nicht genug Streu um die Schoflinde. Super. Ist wieder tot. Na, komm. Schnauze da oben. Wobei, hier ist wieder keiner. Ey. Was soll denn der Unsinn? Wo kommst du denn schon wieder her? Warum treffe ich jetzt nichts mehr? Ach so, denn der Mist. Warum habe ich Freio ein Bruch? Ich habe Freio ein Bruch. Vorher hat es fast schon gewonnen, dann das. Ohne Scheiße hier. Na, komm. Ich habe es schriftlich. Vermutlich bestätigt. Es ist hier nie einer, wenn ich mal irgendwo bin. Dann kommen sie wieder von hinten. Hallo. Ganz toll viel. Immer noch ganz toll mehr. Wow, ich habe sie noch getroffen. Ich bin mal wieder so gut. Was zur Hölle? Was? Worin? Ich hätte auch um 360 Grad gucken können. So kann ich die Rakete nicht einfach mit meinen Zähnen fangen. Wie in der Realität. Weiter ständig. Ah, nein. Es kommt schon wieder die andere noch. Zum kotzen. So zum kotzen. Hallo. Super. Die killt mich mit zwei Schüssen und ich schieße da dreimal drauf. Das ist wie. Die killt mich mit zwei Schüssen und ich schieße da. Willst du mich verarschen? Wie nah muss ich denn noch ran, damit das Ding irgendwann mal was taucht? Ich steh schon im Gegner drinnen, das Kick. Taucht nichts. Na toll, Killstealer. Ja, toll. Hallo, hört auf. Unfair. Ich mache irgendwas falsch mit der Stuhlflinde, habe ich das Gefühl. Ja, ja, komm. Ja, ist gut. Ich werde gewonnen, ist schon klar. Ich habe auch viel Platz auf der Festplatte. Auf, hallo, hört auf. Was sind wir denn jetzt? Man findet die auch immer nie. Man wird immer nur gefunden, ich war von hinten dann erschossen. Na, also. Ach, komm. Killstealer. Vote, ban, alle. Alles, vote, ban. Vote, ban, den Admin, Mann. Ist immer lustig, wenn man das auf Server macht. Sollt ihr das nicht auf Server machen, wo ihr noch länger drauf spielen wollt, von welchen Admin nicht kennt. Genau so jetzt hier. Das könnte nämlich unangenehm werden. Es gibt ja nämlich Adnins, die verstehen so gar keinen Spaß. Ich bin einer davon. So, ähm. Was wollte ich jetzt noch sagen? Toll, habt ihr das gemacht. Ich habe nämlich abgelenkt, das habe ich stupiert. Haut's ja hier. Ich will gewinnen. Oh, wie machen die so viel Schaden mit den Knallen? Ich bin das auch. So kann ich das nicht. Ich bin von unfair auf Nightmare. Kann der Gegner viel mehr... Ich bin auf dem Lebenspinkel gestorben. Toll. Ganz toll. Hör, hör. Du stinkst. Geh nicht mal waschen. Deine Mutter stinkt. Was sind sie denn jetzt? Schnauze. Wenn hier jemanden töten, dann bin ich das. Also, hier ist ein sehr unkünstliches Spawn. Oh. Was ist das? Sag ja, ich bin unkünstliches Spawn. Was sind sie denn jetzt? Sehen sie nicht. Ich bin der Lieder. Ich bin der Lied. Mist. Das gibt es doch nicht. Ich halte die Lieder so viel aus. Nein. Ach man, das hätte ich schon so hoffen, dass ich gewinnen könnte und dann das. Was ist das? Ich halte einfach nichts aus. Mission, Prankerung. Jetzt ist wieder kein Schwein da. Na toll. Hätte ich so schnell so viele Kills gemacht. Das sind doch nur zu dritt. Ha. Gesehen? 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 Ja, ne? So geht das. Schieße ich doch mal freundlich zurück. Nee, super. Ich runde die doch nie ein so. Komm her. Nein. So war das nicht gemeint. Super, da habe ich erst noch so eine gute Staffel. Und dann... Erbrechen. Das ist zum Erbrechen. Das ist zum Erbrechen. Wow. Zum Glück ist das kein Hauptprojekt von mir. Was? Was? Was hakt hier? Jetzt will ich da... Hä? Wo soll ich da jetzt hin? Was? Wo denn? Wo warst du? Nein. Mann. So kurz schon wieder. Was? Der hat jetzt so getötet. Leck mich. Na toll. Jetzt kommt die gleich mit dem Raketenwaffer. Die hat schon ein Raketenwaffer. Das geht ja mal gar nicht. Die ist irgendwie so unwirrige Scheiße hier. Ich darf sie einfach mal weg. Normiert die. Toll. Ich führ schon damit zwei Kills. Das ist natürlich schon ganz toll. Ein. Ich werde mich erwischt. Ich verabscheuere es. Komm jetzt auf. Geh nachher. Ach so. Ich werde schon wieder aus allen Richtungen kommen. Ich kam schon wieder aus drei Richtungen gleichzeitig die eine da. Oh, spornig. Spornig. Schon wieder hier. Kennt ihr es, wenn ihr scheiße spornet? Das ist fast zu scheiße, als wenn die Maschine scheiße spart. Spar. Schnauzen. Boah. Schon wieder fünf Kills. Können wir uns nicht zusammentun? Nein. Scheiße. Welche ist jetzt tot? Die blaue. Ach komm. Killstealer. Komm doch nicht raus. Das ist voll scheiße. Ah, geh weg. Ha. Ah, guck mal gesehen. Na ja. Ich hab's einfach nur noch drauf. Ohne Ende. Hast du auf mich anzugreifen? Boah, zehn. Wie machen die das so schnell? Wenn das nicht dauert, ist es zwei Sekunden. Zwei Sekunden, zehn Kills. Das geht doch gar nicht. Ich schieße hier jetzt aber noch der Keter rein. Toll. Oder noch eine. Ach. Gibt's keine gute Waffe. So BFG oder so brauche ich den mit Quad Damage. Die stand doch direkt vor mir. Wie konnte ich mich mit dem Raketen noch vertoten? Wieso stirbt die nicht dabei? Sind die verarschen? Mein Ernsthaft. Joach. Wieso sterben die denn nicht? Hast du mir diese Unverrückbarkeit-Bots? Mann, 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 Mann. Schlimm ist, die KI ist heute immer noch nicht weiter. Wenn man es schwerer machen will, dann dreht man aber nur die Fähigkeit der KI auf. Das ist ja die Taktik-Schule und so. Und das ist sowohl nicht kaum Taktik-Schule, als auch Spiele. Schnauze. Ich hab wieder gesehen, die Rakete. Zu klein, die Maps. Ich könnte fast meinen, das Spiel ist uralt, wo so kleine Maps gut waren. Könnte ich mal meinen Namen richtig schreiben? Lern das erstmal, bevor du mich hier beleidigst. Wenn du weglegst, geht aber gar nicht. Ich hasse es, wenn Frauen von hinten kommen. Schießt doch das schon wieder auf mich. Ich seh's nicht! Verdammt! Zeigt euch doch erstmal, bevor du auf mich schießt. Ich seh's in deinem Tarnmodus. Das sind schon wieder zwei, oder? Ja, ich hatte schon wieder vier Punkte Vorsprung. Ich glaub's einfach nicht. Töten sie sich schon gegenseitig. Lasst mich doch euch töten, wenn ihr unbedingt sterben wollt. Macht das gerne. Dann haben wir noch den Spaß mit eurem toten Körper. Also, jetzt ist es auch, wir laufen alle da runter. Immer wieder da hoch zu laufen. Da muss ja Bewegung bleiben. Super, jetzt ziehst du nach. Ach. Das wird wieder nichts. Das wird nichts. Soll ich jetzt schon so viele Krills machen? Doch, Moment, irgendwo. Hä, was ist los? Oh, gesehen? Gesehen? Soll ich mir so wegzuck, wenn er Dinge ist. Das nervt auch irgendwie. Kann er sich abschalten? Das ist nicht schön, nee. Jetzt ist wieder keiner mehr da. Ach, leck mich doch. Dreck ja nicht. Können wir meinen, wer weiß nicht viel Energie. Schnauze da oben. Wo denn? Sag doch mal was. Man hat doch auch nicht einfach hier. Ich sag doch auch die ganze Zeit was. Und lauf nicht einfach hier rum oder schieß, Leute. Das macht man nicht. Nein, bitte. Die Leute wollen auch unterhalten werden, während sie erschossen werden. Ich bin doch nicht mehr im finstenen Mittelalter. Die schießen auch schneller als ich. Na ja, ja, ja. Boah, wird zum Auge. Nein. Hör doch auf. Muss ich ja jucken, Mann. Das ist voll unfair. Keine Rückschlüsse wieder genommen. Bloß, weil ich schwarz bin. Toll. Das ist ja volles rassistisches Spiel, ey. Alle Quake Arena, äh, Open Arena, ach, Quake Arena auch. Das sind Rassisten. Alle Spieler und Entwickler. Nur ich nicht. Weil ich bin schwarz. Deswegen kann ich gar nicht rassistisch sein. Wer was anderes sagt, der ist auch rassistisch. Ich habe die Rakete doch gesehen. Ja, das habt ihr nicht, ne? Ja, Loops. Oh, Killstealer. Eben fliegen die Raketen viel zu lange. Schnauze hier. Schön, dass wir auch immer noch eine Eins bekommen. Um mir auch hektisch anzuzeigen, dass ich... Boah, Killstealer. Das ist alles meine Kills. Meins. Alles meins. Mein Schatz, äh. Mein Kill. Brauch doch gar keine... Das ist nur eine Lüge. Ich brauche noch acht Kills. Das System kann nicht mal ordentlich zählen. Super, jetzt brauche ich noch mehr Kills. Toll. Ich habe mich nicht selbst gekillt. Die hat mich gekillt. Nein, ich habe sie gekillt. Das Spiel ist voll verpackt, ey. Ihr kennt mich mal, wenn ich jemanden kille. So kann man ja gar nicht gewinnen. Was ist denn da einer? Nein, nicht da hochspringen. Das Ding ist doch völlig nutzlos, oder? Mein Ernster. Das ist doch nutzlos. Super, das hat schon angefangen. Ich will schon nur noch zweiter. Na, na? Hast du die ganz von Nahen angeguckt? Schon die Rakete, ja. Heißt diese? Müssen wir mal die Rakete vom Nahen angucken? Ähm. Ja. Mist, ich dachte, ich gucke jetzt hinterher. Da unten wartet die Feige. Schlampe. Du Duschlampe. Du Duschlampe. Boah. Ist ja die Knappe besser als die Schufflinde. Boah, die stirbt ums Verrecken nicht. Was hab ich denn noch erwischt? Ach, komm. Willst du mich verarschen? Komm mal, gar nicht. Hey, ich hab's jetzt in den Lieder geteilt. Tie it up, baby. Bondage time. Äh, mein, ich glaub, ich bin hier falsch. Mist. Hey, wo ist mein Rakete-Berfer hin? Komm. Na also. Da würde die Munition nicht ausgehen. Die Munition habe ich dafür überhaupt. Zwei Schuss noch, Entschuldigung. Zwei Schuss noch, um die Munition ausgehen zu lassen. Boah. Geh weg. Nee, hier ist 5-5-5. So ein Rotz. Geben Läufer, Panserung, hoch. Was soll ich denn jetzt? Hauze. Nee, hier ist es. Die hat gerade so schön gechattet. Kommen die mir nach? Das ist doch eine Frage, ne? Sind sie hier immer... ...weichlich uneins, sag ich mal. Mist. Mist. Boah, ich hab nur eins. Das soll ich mal korrigieren. Ah, 667. Oh, sie töten sich gegen selbst. Komm wieder her. Du bist so feige. Du nicht. Du warst nicht gemeint. Mann. Stolen-Duell. Duell um Niedernacht. Hier werden alle kalt gewacht. Musst du da her? Nein. Dammit, da kam die Wand. Wer hat denn da eine Wand hingestellt? Was soll denn diese Innere? Einfach mal irgendwo hingeballert. Passt schon. Irgendwas wird man schon treffen, nicht? Oh, nee. Jetzt hatte ich schon noch drei Kills gemacht. Oh, ich schwirr aus zwei Seiten. Ich hasse es. Oh, es ging so schön wieder an. Jetzt diese hier. Komm her. Ah, doch nicht du schon wieder. Eine aus einer Richtung. Nicht drei aus zwei Richtungen. Ich meine, sieben aus 15 Richtungen. Irgendwie sowas meine ich. Schnauze. Das war schon wieder zwei. Jetzt geht so nicht weiter. Jungs, Jungs, Jungs. Weg. Komm her. Was ist das denn jetzt? Ich sehe sie ja nicht mal. Komm schon her. Was ist das denn da brechen? Ah, jetzt kommt. Hä? Wie bist du null? Habe ich mich selbst getötet? Ne, da hätte ich jetzt minus eins, oder? Hä? Null? Was? Boah. Ne, die Waffe ist scheiße. Die macht so viel Schaden, mir denke ich überhaupt nichts damit. Ich würde auch so viel Schaden mit der scheiß Knarre machen. Mir geht das aber wieder nicht. Oh, oh, oh. Alles nur eine Frage der Spezialisierung. Oh, oh, oh. Es ist keine gute Idee, da stehen zu bleiben. Es ist aber auch keine gute Idee, da wegzulaufen. Toll. Die Auswahl ist schon ein Haufen Scheiße hier. Ach, komm. Killstealing hier schon wieder. Hä? Ist da nix hin? Nein. Scheiß Laserknall hier immer. Gelöse ist ein Leichtmüll. Hey. Hm. Super, wenn ich jetzt der Hund war, ist es gleich wieder da, ne? Mit einer scheiß Raketenwaffe. Kann man den Bots nicht verbieten, dass sie Waffen benutzen dürfen? Einfach weiter schießen. Ach, komm. Schießen bringt auch nichts. Wo sind wir jetzt hin? Oh. So, hier schon wieder. Das denkbar scheiße. Denkbar scheiße. Das ist auch undenkbar scheiße. Man möchte kotzen. Man möchte einfach nur ins Essen kotzen. Ich gehe jetzt erst mal ins Essen, damit ich ordentlich kotzen kann. Jetzt. Ich sehe sie wieder mal nicht. Ich sehe sie wieder mal nicht. Ach, komm. Ich will sie nicht sterben. Yes. es ist voll unfair nein so krank dafür muss ich denn auch irgendwas beschissenes spielen lassen wärst du mit super Mario Bros. 1, das kann er doch so gut das wäre bestimmt lustig das ist das voll genau bestimmt geh doch weg ich steig ein und schon fliegen die ersten Raketen auf mich zu geh weg ich hab eine scheißwaffe fürchtet mich ich hab scheißwaffe die reichweite von dem Ding ist auch in Grenzen ich dachte das ist ja ewig die reichweite wird so 10 km weit gehen wo sind wir jetzt hin ja toll haust du da feige ab gerade wo ich am gewinnen bin ich schieße einfach mal irgendwo hin zurück das war zum abbrechen man man ich hab keine ahnung wie lange ich schon ein Spiel überhaupt kann mir hier irgendwie eine Uhr einblenden weiß das jemand schnell gib mir eine Antwort dumme Abonnenten sind oft zu nichts gut geben mir nie eine Antwort die ich sie brauch nachher wieder in den Kommentaren schreiben ich hätte es ja gewusst aber ich konnte es dir nicht sagen weil ich hab ja nicht mitgespielt in diese billigen Ausrede verstehst du ich hab ja nicht mitgespielt ich war ja nicht da ich konnte es dir nicht sagen was ist das denn für die Ausreden immer das ist voll dämlich ich schieße es mal da runter bevor ich runter gehe so ist das kein Schwein so ist das kein Schwein aber du sollst tot sein wieso sterbt ihr denn nicht einfach ich könnte nicht gewinnen ich kann nämlich unbegrenzt auf neu starten was ist denn überhaupt da unten drin ich meine außer Wasser Heavy Armor ja toll wenn ich da runter tauche bin ich immer tot wenn ich rauf komme jetzt natürlich nicht weil ich jetzt eh nicht mehr gewinnen kann aber im allgemeinen gesehen wisst ihr so allgemein alles weil jetzt hast du ich wollte gerade mit Tab die Waffen wechseln das hat sich wieder gegen selbst gekillt sie haben so viel Angst vor mir sie töten sich schon selbst voll weggerutscht das ist gar nicht möglich so physikalisch wohl nicht unmöglich dass das so abgelaufen sein kann Mann bleibt doch mal mit einem Schuss reich Schuss feld Och leck mich Was ist die Hülle Du sollst mal spawnen bevor du anfängst auf mich zu ballern ne der Keter hat mir schon fast erreicht dass ich gespawnt bin KI entschieden nicht nein sie gar nicht Schnauze ist hier Schnauze ist hier Hab ich sie noch getötet? Nein natürlich nicht Nö schon wieder zwei Frags Und ich laufe in die Rakete rein Das ist sehr gesund Das ist echt gesund Das ist rund und noch gesund Kann ich angehen hier Komm Geht doch Neiße Ich hätte nicht zurücklaufen dürfen Also wie vor Zurück Vorwärts zurück Äh Oder so ähnlich Ach komm ich hab sie doch wohl eindeutig noch getroffen Eindeutig Das war eindeutig zweideutig Ich weiß zwar nicht genau Ich weiß zwar nicht genau was eindeutig zweideutig wäre Aber Neh ich auch mal mit klein ne Hier ist für dich auch ja Ich hab's voll geblitzt Dings Das ist ja viel zu begrenzt Super gereicht Warte von dem Ding ist ja viel zu begrenzt Das ist ja viel zu begrenzt Das ist ja viel zu begrenzt Das ist ja viel zu begrenzt Finde ich sehr interessant Dass die dann dazu warten müssen Auch wenn ich das ein bisschen verwirrt ehrlich gesagt Dass die Bots warten und chatten zu können Mist Sie sind tot, ich glaub schon Mist Wieso her Wieso her Wieso nachher Scheiß Wände Warum sind ja Wände Ich brauch ne große freie Fläche Wo überall nur Helf rumliegen Also nur für mich Dass man ich aufnehmen kann Das wär schön Abhauen hier Das geht ja mal wieder gar nicht Super Schon wieder geplatzt Passieren wir was Wie Kuchen in sich rein stopft Jetzt ist hier wieder keiner mehr Erstmal weiter ballern Ziel kann ich dann später Wenn ich tot bin oder so Was ist das denn jetzt eben Nein Nicht schon wieder zwei Direkt nach dem Spawnen Schießen schon wieder zwei Mit Raketen auf einen Na ja das ist toll Kann man doch nur gewinnen oder So was ist denn da unten Schönes Hier geht gar nichts Was sieht denn da oben aus Schon wieder zu zweit Kommt doch mal alleine Könnt ihr nicht ne Na ja Verlugs ey Hä Schießen die doch hier Ich hab sie getötet Und die hat mich dann getötet So ein Drops Ach schon wieder hier Da ist es nicht schön Da will ich nicht spawnen Da passiert nämlich das hier Man muss erst kurz zu weit laufen Mit den Raketenwacher Und dann Raketenwacherduell am Morgen Was sind wir denn jetzt Ach Schon wieder weg hier Hallo Sind wir jetzt schon wieder alle Nicht hier Nee Komm schon Komm schon So hab ich das nicht gemeint Was hab ich die nicht auch getötet Was hab ich die nicht auch getötet Was hab ich die nicht auch getötet Wo sind die jetzt hin Hä Kommt die jetzt da rauf Ich bin völlig verwischt Wie machen denn die das immer Schleich mich leise von hinten an Es wird natürlich nicht viel Bei einem Bot Der überall Augen hat Jee Ich hab gefragt Ich hab gefragt Ich hab gefragt Mist Mist ich ja Komm doch her Licht raus Das war doch nur rhetorisch gemeint Das war doch nur rhetorisch gemeint Sollte es doch gar nicht herkommen Sollte es doch gar nicht herkommen Ein Stück Nein Ach Geh doch weg Super ich will den Anschluss Aber ich lief es doch am Anfang so schön Mist Mist Digga Wir sterben Du auch Ich nehm mal euer Zeug mit Ihr braucht das ja wohl eh nicht mehr Ach komm Ich stirb doch Ich bin mal Käthe aufgeschiebt Ach ich hasse dieses Ding Wie machen die damit so viel Schaden Ich mach damit gar nichts Abgesehen von der beschränkten Reichweite dieses Ding hat Super Schon ganz knapp vorm Ziel verfungert Überheilung Panzerung Alles Lass sie von mir töten Weil wenn ich mich von der anderen töten lasse verlieren wir Und das wisst du doch sicherlich nicht Nein Das hätt ich mich wahrscheinlich von der anderen gleich töten lassen Nein Ich verhunger wieder kurz vorm Ziel Ich sehe es schon kommen Naja Schon wieder kurz vorm Ziel verhungern Schöne Distanz halten Naja Wo kam die denn Von hinten Natürlich Ich Brauche auch hinten Augen Nein ich nicht Nichts Kofferraketen Waffe Ich suche mich schon wieder Toll Ich vertreffe hier irgendwann mal was so aus Zufall Ach Ich hasse es Ich laufe immer wieder in die Raketen rein Ach Ja Knauzen So Hast du Feiert ihn hier schon wieder Ach doch Hört das doch mal Was ist denn schon wieder auf mich? Ich weiß aber nicht wo die sind Naja Schon wieder weg Weg mich doch Aber so richtig am Arsch Nein Von hinten natürlich Mhhh So kotzen Zerstörten Ich soll doch nicht gegenseitig töten Ich soll doch für mich Für mich töten lassen Für mich Was Wie ging ich denn da eben fest? Was zur Hölle? Wie kommen die immer so schnell von einem Punkt zum anderen? Ah nein Nicht da hoch springen Nein Ach das ist ein Raketenwerfer Ich denke schon wieso springe ich denn jetzt auf andere so hoch Ah Eine Maus kratzt da irgendwo drauf? Moment Was ist denn das für ein Dreck hier? Wo kommt denn der her? Hey Ist ja voll eklig Die kratzt immer noch Oh Herst zur Hölle Hey Kommt Serverinformationen abfragen Cool Weil ich ja auf meinem Server Spiel Oh Stirb doch einfach Das ist so schwer Ja Wo kommst du jetzt her? Wie warst du? Du warst aber gar nicht da unten Wie hast du denn ein Raketenwerfer auf einmal bekommen? Sehr respekt das ganze hier schon wieder So Na komm Ah komm schon Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Ah nicht ins Wasser Toll Kann man hier drin auch ersticken? Ich komm ich da wieder Ah Kommt mir hier scheiße raus Super Wo seid denn ihr? Hör auf mich gegenseitig zu töten Lass mir auch mal Hä Was sind denn die? Hallo Kommt sie gleich wieder und machen mich instant kill Ja Ach komm Ich geh schon wieder keinen einzigen kill hier ab Ich werd nur gekillt ja Von was auch immer Ja Ja komm Ah Kann mir hier nicht irgendwie eine Uhr einblenden Last time Uhu Ist das nicht toll? Mal komm Was soll's ein schaffen sein? Das soll's ein schaffen sein Das soll's ein schaffen sein Scheiß direkt da Und da kommt Und da kommt Die hier nicht weglaufen Weil dann töten sie mich gleich wieder irgendwo anders Und wenn ich hier bleibe dann töten sie mich nicht hier und dann Ich glaub's einfach nicht Ich glaub's einfach nicht Jetzt hat sie mich mit Sie sich mit gekillt Also mich gekillt hat So mein kill Ich hab's ja erst gesehen Oh 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 Das hat auch immer wieder einer auf mich geschossen Ich geh jetzt schon wieder hin Hast du Aaaaah hört auf voll mitzuspawnen Ja wir kürzen das mal ab Binge's ja sonst eh nicht Ich hol dir nicht mehr 6 kills auf Oder 5 Hast du Hey Oh hab ich das hingesehen Komm, ich habe sie doch noch getötet. Eindeutig. Dummes Spiel kann gar nichts registrieren. Was? Woher? Ach so, ich bin hier alleine. Was habe ich da bitte schon eben noch getroffen? Nee, nehm die Finger davon. Das war meins. Drecks, Steven, tötet sie. So war das nicht gemeint. Ich soll dich töten, so war das gemeint. Hä? Klauze. Ich habe doch gedrückt. Ich brauche einen extra Drückdrücker, der doppelt drückt. Für den Fall ist der Drück mal nicht drück, drück nicht drück. Ähm. Was auch immer ich da mir jetzt wieder sagen wollte. Ich bin mir selbst nicht sicher. Woher die jetzt sind? Oh, schon wieder die Rakete gelaufen. Ich hasse es. Mach es aber immer wieder. Ich finde Raketen geil. Moment. Na, das ist so. Könnte man jetzt falsch verstehen? Ich bin hier schon wieder unten. Die Fangen habe ich noch nicht mitgenommen. Oh, das war mein Kill. Killstealer. Nee, das wird schon wieder völlig schlecht. Und sie sind schon wieder weg. Ach, komm. Es fängt immer so schön an manchmal und dann... Ist doch gar nicht hier. Ich glaube, man hört jetzt klackern in meiner Tastatur. Was zur Hölle? Oh, ich habe die doch volle Rakete gelaufen. Würdest du mich verarschen? Ist doch gar nicht. Ich will auch mal so viel aushalten. Wann? Komm, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab hier. Das war jetzt sonst noch ewig. Raketen, hey. Oh, jetzt kommen sie schon wieder hier. Och, ich spawne schon wieder hier. Das ist scheiße. Das spawne ich immer so scheiße. So, in die Gegenrichtung laufen. Verdammt, ich habe die Heilung nicht aufgesammelt. So. So. Schnauze. Ist tot, sei ruhig. Hast nichts anderes schagen. Scham. Hallo, seid denn ihr schon wieder. Ich brauche eine Minimap, die mir anzeigt, kann man anzeigen, wo die Gegner sind. Sonst finde ich hier nämlich niemanden. Ich brauche eine Anzeige, die mir zeigt, wo ich als nächstes spawnen. Ich brauche eine Anzeige, die mir anzeigt, wo ich als nächstes hinschießen muss, um Kills zu machen. Der war ich nicht so geklant. Kills ist schon wieder gegen die Haare. Kills ist schon wieder meine Kills. Wie, ich habe keinen Mut. Oh, ich hasse es. Wieso wechseln wir da nicht gleich die Waffe? Warte, das ist doch eine halbe Stunde hier. Das wird sie doch. Ah, Kills-Dealer hier ständig. Mann, 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 Mann. Ich fliegen schon Raketen hinterher, habe ich das Gefühl. Ne, doch nicht. Boah. Wurde ich einfach sterben? Jetzt haben wir uns hier schon wieder hin. Was ist denn? Wo denn? Wo denn? Boah. Boah. Hör auf, meine Kills zu klauen. Habt ihr es ja erst gesehen. Ah, toll. Die Kackflinte hier wieder. Ach, komm. Ich habe es ja wohl noch gekillt. Lieber ist es spawnen, um gleich wieder erschossen zu werden. Ja, so genau das meinte ich. Überhaupt keine Chance zu haben. Lieber ist es. Immer wieder aus Neuem. Na, komm, 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 komm. Es wird kein Schwein da. Und plötzlich sind wir zu zehn. Du tötest mich. Oh, na, komm. Hallo. Boah, stirbst du auch mal? Hast du Heilung dabei, oder was? So, und noch ein Versuch, hey. Jetzt müssen wir brechen. Wieder ist nirgendwo ein Schwein. Komm, wir holen. Und wir euch finden irgendwann mal. Was ist da? Haut sie da oben? Hier ist wieder niemand. Ah, das ist schwer, ich will auf zwei Seiten. Ach. Man merkt, wie extrem die KI ist, wenn man in den Rücken schießt und sie es trotzdem mitbekommt. Oh, jetzt stirb doch. Geh weg. Geh weg. Geh. Ah, scheiße. Das ist so ein spannendes Spiel hier. Was zur... Gibt's doch nicht. Ich möchte kotzen. Nicht auf die rechte Maus, das ist so verdammt. Weg, 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 weg. Ach, ich hoffe, wenn wir mit Munizien ausgeht. Ich glaube, wenn ich sterbe. Könnte, ja, realistisch gesehen. Ähm, wäre das, äh, sehr scheinlicher Wahrscheinlichkeit. Ist das immer aufwendig, da auch irgendwie den Boden zu knien? Was zur Hölle machst du da? Auf, hier zu cheaten. Kein Wundes, mir die nicht trifft, wenn sie ständig im Boden versinkt. Was soll'n der Rotz? Was soll'n der Nerzen? Bleib gefälligst da! Von wem wurdest du jetzt wieder getötet? Nicht von mir, oder? Nein. Boah, vielleicht wieder vier Kills. Macht sie das ständig? Mann. Hallo. So ist nie ein Schwein da, wo ich bin. Da können wir irgendwo hinschießen. Ich will fünf Kills, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ich hasse. Schnauzherz. Geh mich immer nicht anpissen, Kleiner. Sonst bin ich angepisst, ne? Und dann, ne? Dann, oder? Alles wie immer, im Prinzip. Ach, voll weggemerzt. Ich will dem scheiß Laser hier weg. Heilung! Ach, bleib halt da. Ach, neun Kills, ja. Genau, das werd' ich noch mal einholen. Genau. Super. Jetzt schon die Föder verloren. Weil hab' ich schon so viele Fracks. Null. Rund. Okay, wir können ja, wir haben ja wenig Spielraum beim Runden. Das heißt, wir können... Sag mal einfach mal, ich hab' 20. Das hab' ich denn nicht gewonnen. Dummes Spiel, kann ich mal runden hier. Die Rakete ging sehr knapp vorbei. Jetzt ist wieder niemand mehr da. Slow down. Ich hoffe, ich will das Video ja durch Asynchron. Boah, jetzt gehst du sterben? Ach, und jetzt haut's wieder ab. Naja. Sehr feige. Typisch Frau. Kaum schlägt man sie, geht sie weg. Das ist genau wie deine Mutter. Du trägst einfach keine Schläge. So, wir sammeln noch ganz viel Heilung auf. Ho, ho. Je nur Zweiter. Soll dieses Schwast nicht überhaupt noch. Oh, jetzt schlägt das doppelt so viele Punkte wie ich. Panzerraum. Kledenwasser. Ich kann mich ganz schnell umsauen, wie ich müsste. Oh, ich bin schon wieder zu zweit. Ja. Ich hasse das. Einer aus einer Richtung. Weicht doch völlig aus. Du kannst mich mal. Auze. Tod. Verderben euch allen. Ich will den Raketen, wir haben doch noch aufnehmen. Was haben wir heute nicht gemacht? Was sind sie denn jetzt? Ich will da nicht weggehen. Ich weiß nicht, was ihr für letzte Action macht. Aber lasst mich mitmachen. Ich hätte für dieses Super-Helf aufgesammelt. Nein, natürlich. Da stand da schon wieder eindeutig mein Name drauf. Das habe ich mir heute früh schon reserviert. Gleich, als ich hier in diesem schönen Hotel angekommen bin. Übrigens, hier fehlt der Pool, der mir versprochen wurde. Und das da drin ist kein Pool. Natürlich wieder gegenseitig. Schnauze. Yeah, exzellent. Ich hab's voll drauf. So überhaupt nicht. Zum Glück. Gemäch ist. Es läuft schon wieder scheiße. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-scheiße. Prost mal. Andern ausdrücken, ey. Deine Mutter läuft jetzt. Läuft wie deine Mutter, ey. Du treffst sie aber auch nicht. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Ah, sie holt mich schon wieder ein. Na toll. Der Kill bringt mir natürlich nichts, weil ich mich damit selbst wieder gleich wieder kill. So zählt das nicht auch. Das wäre doch ein Double-Kill. Dass ich mich getötet habe, muss ja niemand erfahren. Hä? Hä? Wo denn? Da. Schnauze. Ich bin hier der Boss. Ich glaube hier. Ich bin der Super-Checker vom Bäcker nebenan. Ich habe da eine neue Erfindung. Ich nenne es Laser. Ich bin der... Ich bin der Super-Checker vom Bäcker ohne Bhatt. Ich bin der Super-Checker-Sch-schsch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. die hat voll eine rakete ins gesicht geschossen nicht zerrennen heilung ist immer gut kann nie genug heilung haben ich habe sie doch gesehen hast du dich eben noch da oben die haben geheime beam technologie wieso habe ich die nicht da kommt schon wieder einer von hinten ich glaube es nicht ich möchte kotzen gibt es überhaupt keine items scheiße in dieser runde die ich nutzen kann was ist das überhaupt nichts ich habe kein item ich bin fast so als würde ich an die tür klopfen jetzt sind bleibt da nein gott die hutsche wieder auf wie macht die das immer ich fang total scheiß an dann wird die nicht gut die will ich töten ich töten nein lasst dich doch nicht von dir töten verliere ich schon wieder ich bin schon wieder kurz vorm ende verhungert ich bin schon wieder kurz vorm ende verhungert ich habe gewonnen jetzt komme ich von der seite her hat gar nicht lang gedauert zu überhaupt nicht drei folgen oder so ich bin voll gut man schön mir gefällt der sound auch dazu ist ja gut so ich habe die erste runde geschafft bleiben noch ja ich bin so gut wie durch also im prinzip könnte ich jetzt auch aufhören weil ich bin praktisch durch und ich glaube nicht dass das im original krieg so ist so was bleibt uns denn noch zu bestehen das geleboard ist bestimmt total einfach aber wir machen der reihe nach wir gucken uns die web nochmal kurz an hey ich habe Musik die glaube ich viel zu laut ist okay warum auch immer ich jetzt erst Musik habe wie kämpfe ich denn ich mag die Gesichter Plasmagun taugt dir was ich bin die belegt ganz dahinten danke für das gespräch oh Musik ich habe Musik ich habe tatsächlich Musik ich bin begeistert ich glaube die Musik ist deutlich zu laut ich weiß es nicht ich höre nämlich kaum noch den Sprechsound äh hey ja es ist eine Musik hier ich darf hier also stundenlang auch noch dieses scheiß selbe Lied immer wieder hören ich könnte jetzt schon kosten Slugs hier gibt es irgendwo die Raygun nicht dass ich damit umgehen könnte aber ich wollte es mal angemerkt haben Musik Musik und die erste Welt geschafft ich bin super ja gegen meinen Skill kommt niemand an ich muss mir die Raygun ich muss noch nicht wo rumliegen es sieht nicht aus wie eine Raygun eine Shotgun Raygun das wird doch auch was geiles so ganze Strahlen ja doch müssten irgendwelche Richtungen fliegen oh Fried oh Fried was mir auch Angst sagt 50 Kills schon wieder wo sind die Raygun jetzt laufe ich immer wieder an derselben Stellen vorbei und da geht es ganz schön tief runter kann das sein ne kann nicht sein ich will wissen wo die Raygun ist da geht es auch nur runter da war ich schon 2 Milliarden Mal ungefähr hier irgendwie auch hier irgendwie auch yeah hab ich auch auf Nightmare gestartet wäre grad so ein bisschen einfach vielleicht packt die Mission ja das wäre cool ey die Mission ja 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 ich habe übrigens kein Item to use can't use this Item Idiot ich schieße erstmal irgendwo hin ich habe Slugs gefunden da war doch hin jetzt was was oh wann wie hä bin verwirrt bin verirrt da leuchtet irgendwas was hier jetzt darf ich meine Raygun Skills auspacken was ist das denn Cells meine nicht existenten Raygun Skills können wir damit nicht zoomen mit dem Ding nein kann man nicht du bist nicht mit der Taste und fette Musik was war das jetzt oh das könnte schon gleich am Schluss gewesen sein nein ich hab's verpasst was auch immer es ist wir wissen was das ist kenn ich jetzt nix Quad Damage ich soll er vielleicht eine Waffe nehmen mit der ich auch was treffe wenn ich schon Quad Damage hab er trifft dann mit was und er hat Quad Damage voll genau das was ich mir wünsche einen Gegner mit Raygun und Quad Damage toll jetzt hab ich wieder nichts mehr hey ich hab wieder die Raygun nein ich hab wieder die Raygun ich kann da billig umgehen deswegen will ich es liegen wo sind die hingelegt? ach ganz dahinten äh und aufsammeln okay den Waffe die Quad Damage kommt ja bestimmt richtig gut wir sind nicht zufällig schon wieder da oder? äh hä 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 wie kann denn das jetzt her noch mehr Raygun hey kann ich nicht zwei Rayguns tragen ich kann so eben wissen durch Dauerfeuer er sieht hier recht wenig aber das wäre so laut ich hab Tony getroffen ich kenn auch jemanden der heißt Tony das ist in meiner Klasse so dass der ein bisschen mehr Weg trifft ich glaub der trifft auch nicht ganz so gut das ist einer von diesen Leuten die oh das spielt halt alle die Grafik das kann man ja gar nicht spielen ja hab ich vorhin das Gefühl so hey guck mal ich hab hier noch 5 Amor ich hab ihn fast getötet wow ich hab Grenades juhu wenn ich sie so schmeißen könnte wärs vielleicht sogar noch ganz wichtig ich hab die Raygun die Leute ich hab die Raygun ich könnte schwemmen da kommt doch mit meinem Loon im Original wie stark ist die hier überhaupt äh was hab ich noch getroffen hä war das jetzt zeitverzögert oder was ah scheiße na halt dann Idiot da ist er schon wieder der Idiot alles Idioten hier alle Schlampen außer Mutti äh sooo wir wollen wieder hoch wir wollen wieder hoch der war's schön Toni Toni ist scheiße Toni überlebt eine Rakete ich hasse es aber schön dass wir Musik haben Musik die irgendwie nicht so ganz so krass verdammte hört auf besser zu sein als ich ist doch verboten ist doch das oh oh ich hab die Lightning Gun die Lightning Gun die Lightning Gun die Lightning Gun ich hab die Lightning ich verlasse es mal runter hä was wo denn ach da jemand mit Raketenwaffe hinterher zu laufen ist so die Idee ah ich hab hier nicht Augen gesammelt ich wundere mich schon warum ich die Wache nicht wechsle ist der gut ne ist der gut benutze ich den ja auch Anführung Heavy Armor sogar da muss ich hier öfters vorbeikucken glaube ich ach wiss ich muss hier runter springen ach ne krieg ich doch hey ich hab drei Killzunnschafts ich bin so Gott Quad Damage das habe ich nur keinen Gegner mit den ich schießen könnte Fraggatoni Toni ich glaub ja ich habe Raketenwerfen Quad Damage das mit dem umgehen lernen wir dann noch mal wie man damit umgeht aber ich hab nichts sollen Musik views Musik gesperrt Spassi Scheiss okay ok menü menü egal wir haben das geschafft das machen wir dann ich mag das gar nicht aber nächstes mal und dann noch schnell das und das und ja sie gesagt ich bin so gut wie durch gibt es kaum noch was was ich machen muss egal karl das war's mit open arena für heute keine ahnung wann ich wieder aufnehmen erstmal wahrscheinlich jetzt fünf stunden folge encoden und hochladen egal karl das war's für heute ich sag wiedersehen zum nächsten mal